Schweizerischer Landesender Böromünster Nun hören Sie die beliebte Sendung «Worüber man redet», eine Dienstagsproduktion von Simon Enzler und Dani Ziegler für Radio Böromünster. «Du hast das mitbekommen von den …» «Hä?» 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 «Nein?» «Deine?» «Nein, die von der Mutter!» «Warte mal, du hast ja mal …» «Ja, genau die!» «Eben, ja, genau die!» «Sie hat ja …» «Also, es war ja so, der Vater hatte ja einen Bruder, und der beste Schülerkollege, also der alte Schülerkollege, der ist ja ausgewandert. Das war jetzt schon x Jahre her, gell? Und der musste ja wieder quasi retour. Wieso? «Ja, wieso, Simon? Das ist ja klar, gell? Ich meine, den haben ja alle gesehen, bei dem, ich meine, weisst du?» «Hä?» 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 «Oh, oh, 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 oh!» «Das ist ja schon eine andere Geschichte. Nein, aber der, der jetzt hier drüber kam, der hat es eben erzählt. Ja.» «Weisst du, das ist eben die Cousine der Mutter.» «Also nicht deine?» «Nein, die der Mutter, die ich am Anfang sagte. «Ja, genau.» «Die, die hätten jetzt also alles quasi …» «Also die ganze Dinge miteinander hätten sie jetzt …» «Ohne irgend?» «Nix. Nada. Hä? Wir sollen auch nicht hören, Gott sache mal. »